Hallo zusammen, ich bin die Selin. Ich bin der Sebastian. Ich mache meine Ausbildung Meinberg-Erstfahnd. Das Besondere am Beruf finde ich, dass man praktisch einen Tag lang das Gleiche macht, dass wir hier draussen arbeiten und dass man sehr viel Abwechslung hat. Ich habe meinen Beruf als Elektroinstallateurin ausgewählt, weil ich schon früher immer mit meinem Vater auf die Baustelle arbeiten durfte und von da her habe ich es eigentlich schon sehr gut gekannt. Wenn man Elektroinstallateur oder Elektroinstallateurin werden möchte, dann muss man von der schulischen Voraussetzungen sicher gute Mathekenntnisse mitbringen, ein gutes Vorstellungsvermögen und sicher auch ein handwerkliches Glück. Jetzt muss man einfach lustig sein und ein bisschen miteinander ausserkommen.